Hallo zusammen, heute ist der letzte Tag von unserer Gastein-Tal-Reise. Heute fahren wir noch einmal rauf auf die Scharte, niedere Scharte oder so. Das ist gleich bei Bad Hufgastein. Bad Hufgastein kann mit der Grundlauch rauf fahren. Das Wetter ist, wie ihr seht, nicht so toll. Die ganze Nacht durchgeregnet, aber jetzt hört es eigentlich nicht so schlecht aus. Jetzt kommen wir in den Nebel rein. Solange es nicht regnet, ist alles gut. Ich bin der Gastein-Tal-Reise. Ich bin der Gastein-Tal-Reise. Die Gastein-Tal-Reise ist eine große Rolle. Ich bin der Gastein-Tal-Reise. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Jetzt sind wir auf Aeroplan. 1365 Meter. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo! Bis zum nächsten Mal. 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 Musik 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 Ja, liebe Leute, das war's jetzt mit Gastein. Es hat mir Spaß gemacht, die letzten vier Videos zu machen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr habt ein paar Inspirationen mitgenommen für euren Bike-Ulaub in Bad Gastein. Auf jeden Fall lasst mir ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Abonniert den Kanal. Es kommt jetzt demnächst einiges noch. Es kommt noch das Video von meiner Kloss-Neuburg-Runde. Dann kommt das Video noch von dem e-Bike-Festival auf der hohen Wandwiese. Und noch einige andere Videos, die ich im Sommer aufgenommen habe, kommen jetzt peu a peu, damit ich euch durch den Mitter bekomme, wo man ja nicht zu viel fahren kann. Ja, freut mich, dass ihr dabei wart. Und bis demnächst. Ciao.